Hallo zusammen, ich bin Lucien. Und ich bin Flavio. Wir machen die geilsten Lehre, die es gibt. Nehmen wir die Konstrukteur bei Pfiffner Messwandler AG. Wir zeigen dir heute, wieso. Komm mit! Als Konstrukturen machen wir ganz viele verschiedene Sachen. Also eigentlich modellieren, Zeichnungen erstellen, mal eine Sitzung hier, dort noch eine Besprechung. Und auch in der Produktion draussen sein, mit den Mitarbeitern draussen reden, damit man die Probleme besser nachvollziehen kann. Pfiffner ist ein sehr familiärer Betrieb. Jeder ist hier willkommen. Jeder wird sehr gut aufgenommen. Und der Vorteil von Pfiffner Messwandler ist, wir haben Produktion im Haus und können Produkte mal anschauen mit Problemen. Sobald du die Lehre beim Pfiffner Messwandler machst, wirst du sofort ins Team integriert. Das Team nimmt dich mit offenen Armen auf und wird dir schnell Verantwortung übergeben für deine eigenen Projekte. Im Betriebspraktikum bist du in den verschiedenen Abteilungen bei uns. Auch in der Werkstatt lernst du, wie ein Style gefertigt wird. Und so kannst du die Zeichnung nachher möglichst einfach erstellen. Pfiffner ist ja sehr gut gelegen. Man hat Restaurants, Dorfläden und ÖV alles innerhalb von einer Minute Gehewege. Wenn du Konstrukteur werden willst, musst du selbstbewusst sein, selbstständig arbeiten können, ein technisches Verständnis haben und ein gutes Vorstellungsvermögen. Wenn dir dieser kurze Einblick in unseren Arbeitstag gefallen hat, bewirb dich doch jetzt als Konstrukteur bei Pfiffner Messwandler AG. Du glaubst jetzt aber nicht wirklich, dass Produktion das versteht, oder? Hey Wege, das ist doch eine gute Zeichnung. Das ist doch eine gute Zeichnung. Jetzt wird die Zeichnung. Das ist doch eine gute Zeichnung. Das ist doch eine gute Zeichnung. Die Zeichnung.